Moin moin ihr Schnittchen! Willkommen zu einer neuen Folge Lefodet 2 Coop mit dem Rechen und mir. Du kannst auch Hallo sagen, wenn ich deinen Namen sage. Ich habe fast viel Zeit gezeigt. Kugel für Kugel. Ja, wir kämpfen uns jetzt durchs Mercy Hospital. Werden dabei aber No Mercy zeigen. Genau. Ja, wir sind leider immer noch nur zu zweit, aber vielleicht kriegen wir noch zwei Mitspieler irgendwann mal ran. Bis dahin schaffen wir auch den zweitschwierigsten Schwierigkeitsgrad zu zweit. Hat bis jetzt auch noch geklappt. Naja, manchmal nicht. So, was nehmen wir denn? So, keine Ahnung. Komm schon. Ne, ich will die schallgedämpfte Uzi. So. Wir müssten ja eigentlich auch mal alle so historisch korrekt am Stück spielen. Das wir dann auch so, weil jetzt hier hauen wir ja glaube ich mit dem Hubschrauber ab, mit dem wir jetzt in der letzten Folge abgestürzt sind. Soweit ich das weiß. Ja. Ich töte gerne zum Hubschrauber. Auf jeden Fall müsste das doch nur einer der einfacheren Level sein. Weil das ist eines der Startlevels von der normalen Kampagne. Ja, die gehen schon viel schneller down. Und die machen auch nicht so viel Schaden. Oh, was haben wir denn da? Einen Molotow Cocktail? Einen voller Moth Cocktail. Einen voller Moth Cocktail. Einen retiren! Einen Ah, war meiner. Wobei hier in dem kleinen, engen Haus wär auch noch mit Shotgun vor die Action. Ja, das stimmt. Die nächste Schroffel, die kommt, nehm ich. Rohrbombe! Ist egal, ist die Rohrbombe. Hier ist noch eine, willst du auch noch Rohrbombe? Komm zu mich. Das ist immer so geil. Ja, hier müssen wir runter. Nein, hier ist nix mehr. Tschüss. Hallo, ich geh mal zu Hause. Schade. Oleg, der Wecker. Der Wecker, Alter. Der Wecker, Alter. Der Wecker ist 12 Minuten. Oh, hier haben wir eine zweite Pistole. Schau mal, Tobi, da ist der Wecker. Jetzt der Wecker aus. Was ist denn Wecker? Hast du kaputt gemacht? Toll. Hier liegt noch was. Hier ist ne Blech. Tobi, schau mal, ist ne Blechstange für dich. Ne Blechstange? Ich will auch keine Blechstange. Schade, Schade. Immer mal raus, wa? Ne, ich wär gerne noch weiter. Oh, ein Charter, ein Charter, ein Charter, ein Charter. Au, au. Schöner Charter, schöner Charter. Schöner Charter, schöner Charter. Schöner Charter, Schöner Charter. Da ist noch ein, ah ne, die ist weg. Oh, der Knark ist, Alter. Nehmen die einfach mal ein Hunter runtergesprungen ist. Alter Schöner. Hier. ZOMBI Massen überall. Lalalalalalalala. ZOMBI Massen überall. Lalalalalalalalalala. Wow, hi! Jungs, habt ihr mich erschreckt. Hier sind Pillen. Geil, meine Pillen. Gerne Pillen! Ja, jetzt heizt du mich nicht mehr, ne? Nur die Angelegenheit muss ich für eine Potserie. Schlampe, du! Sei meine Heal, Bitch. Au! Ja, schieß mich halt ab. Schieß mich halt ab, ja! Du, 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 du kriegst auf die Presse und du kriegst auf die Presse. Hier ist ne Pistole drauf. Ja, ich hab schon zwei. Ich zieh. Du läufst ja auch genau immer in meine Schussrichtung rein. Gibt's ja weiter. Ey, warte mal, Lobi. Ja? Da hinten ist noch ein Smoker. Super. Super. Ich will den Smoker aber gar nicht haben. Du kriegst ihn aber trotzdem. Ich will den Smoker aber gar nicht haben. Oh, Adrenalinspritze haben wir hier. Hier ist so finster drin. Komm von hinten. Ich weiß das. Oh, ich weiß das. Oh, mich hat nen Charger. Aua, 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 aua. Wir brauchen das noch in meinen Vorräten. Ich bin nicht in meinen Vorräten. Ich kann von der anderen Seite. Aber ich wusste nicht, dass ich nen Charger fette. Das Ding bringt dich um! 30, 20... Auf Hilfe! Die hab ich jetzt doch echt schön weggefüßt. Scheiß Zombies, ey. Halt dich, Mann. Ja, da kommt ein... Ah, Bazaar, da kommt ein Jockey! Ihr habt aber auch ein Aiming wie die Götter. Hey, is up by Ramba! Ok, ok, ok. Ja, rennen wir in die Schutzbahn. Ja, rennen wir in die Schutzbahn. Ja, rennen wir in die Schutzbahn. Gut, ich bleib immer links und nu immer rechts. Lade nach! Ich geh! Mengeneni,erapa-ger. Ja, geil! Tobi, du bist das Beste. Ich war's nicht, hier ist der Schutzraum, komm runter! Warte nach! Warte mal, wenn ich da steht, Charme Doops hat, ich mich mai schêm, knoung. Ich war's nicht. Ich mach zu, ja? Nein! Nein! Alter, nein! Du bist... Nein, nein, Alter, nein, ich hab zugebracht. Ohne Mist, ich... Nahkämmer, ich hab 25 mit deinem Nächsten kühlt. Bin so stolz auf dich. Dreck, ich möcht' jetzt den Granatwerfer und die Ketten sägen. Dann bist du... was bist du dann? Der, der auf Ferne nicht trifft und mit der Ketten sägen... Der ist jetzt pädagogisch. Pädagogisch, sehr wertvoll. Pädagogisch. Ja, legen wir los. So, was haben wir denn hier? Immer noch die schallgelämpfte Usi. Was hast du denn? Jetzt haben wir alle... Nein, okay, eigentlich noch da. Äh, äh, Tobi, ich brauch mir das in 10. Hast du ein Healpack? Nein, dann nimm doch das mal, als du Idiot. Ich hab bestimmt... Meine Fresse. Dann hab ich nicht gesagt, dass ich die Schwungbinde wollte. Ich hab ne Schwungbinde. Oh, weiter geht's! Wuhu! Oh! Oh, da sind ein paar mehr! Ja! 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 Ich die Steinwände durchschneide! Komm mal, Tobi, ich kann die Steinwände durchschneiden! Kannste kaputt schießen! Oh ne, ey! Ohne Mist! Lass mal... Lass mal das Ding einstürzen! Das geht, glaub ich, nicht. Wenn er alle kaputt sind! So, kommst du? Ja! Ich will's versuchen! Ja, Tobi, ich glaub, das kracht langsam runter! Hier ist ne Witch! Das ist ne Witch! Das ist ne Witch! Das ist ne Bitch! Kommt ihr? Ich hab hier ne Luftschacht gefunden! Ah! Hier weg! Hier weg! Ne, Tobi, da geht's aber nicht weiter! Ah, das ist ne Huma! Ja, warte, ich komm! Nein, nein, hier geht's nicht weiter! Komm jetzt runter hier! Hier müssen wir ran! Moment, 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 Moment! Wer wurde angekotzt? Ja, selber schuld! Ich wurde nicht angekotzt! Äh, jetzt wurde ich angekotzt! Geil! Ich verrichte's gleich wieder! Ja, ich seh nix, tut mal leid! Ja, ich seh nix! Spitter! Ja! Ah! Kommt ihr hier! Alter, macht der Spitter viel Schaden! Ne! Na komm, Tommy! Hilf mir, gib mir das ne Hunter! Ich hab mich grad geheilt, Mann! Oh, Leck! Ich bin die automatische, Alter! Jetzt geht's ab! Zähne ich aber nicht! Ah, ich hab Louis eingeschlossen! Leck, jetzt ne automatische, Alter! Jetzt geht mal, ist der Witch dreckig ins Gesicht, Alter! Die ist hier oben irgendwo! Da ist er, oder? Wo? Da oben! Oh! Ich glaub, sie hat uns gesehen! Nee, wenn du auf sie schießt oder sie angeleuchtest! Hast du sie angeleuchtet? Na, ich hab auf sie sie geschossen! Lade nach! Nice! Ist tot! Die, die, die folgt nur mir und greift dich gar nicht an! Nee, die greift nur den an, der sie angeschossen hat! Erstmal! Hab ne Rohrbombe hierhin! Brauchst du noch ne Rohrbombe? Ja, ne hab ich! Gut, dann weiter! Hier ist ne Hunter! Hunter! Hunter ist tot! Ein Jockey ist hier auch noch irgendwo! Ja, hier! So! Gehts hier unten noch weiter? Ja, ach ne, da kommen wir wieder zurück! Ist ja schwach, find ich! Ah, ich hab nen Sworker! Ah, fuck, fuck, ich komme! Scheiße! Mann, was läuft noch so weit vor? Ich warte bei vorne! Ich kann's weiter vor! Hier ist er! Geht mit mal! Nee, nee! Junge, Junge, Junge! Puh! Hier gibt's Waffen! Oben ist ein Cutter! Hier ist Munition! Hier gibt's auch noch mal, Alter! Schau! 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 Nein, du hast nen M60, Alter! Oiii! Fein! Wo war's denn das her? Weiß ich, das bleibt da oben! Was zum Glück! Hier liegen Waffen rum! Ja, jetzt hab ich ne M60 und ne Kettensegel! Jetzt geht's ab! You motherfuckers, motherfuckers! Hör auf mich zu beschissen! Da, 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 da... Hier ist noch ein Zeug! Hier ist ein Schlagstock! Hier ist noch ein Vieh, zwei Vieh! Hier ist ne Rohrwomme, wenn du brauchst! Ich glaub noch. Ich glaub, so viele Rohrbomben brauchst du nur auf schwer. Spitter? Ja. Keine Ahnung, Rohrbomben. Ich hab mal ne Rohrbomben einfach hinter. Wieder planen. Boom. Aus. Jockey. Alter, wieso kann ich jetzt keine Zoll aufziehen? Das ist wahrscheinlich nur so ne Einmalwaffe. Ja, ja. Da ist der Spitter gewesen. Schau mal, wie spitzelt. Ja, geil! Alter, wir haben mich jetzt reingeschossen. Jetzt war wahrscheinlich ich, Entschuldigung. Oh, danke. Waffen! Ladenach! Jetzt ist schon wieder ne Bitch irgendwo. Naja. Ladenach! Oja jetzt müssen wir in den Schalter beteiligen, das ist keine gute Sache. Das hier wenigstens andere Waffen. Ah ja hier ist ein Schutzraum, oder so ein Artschutzraum. Also hier sind noch Benzinkamister, den sollten wir auf jeden Fall benutzen. Und dann sollten wir hier auf diesen Rollen stehen bleiben glaube ich. Also von den Tischen auf diese Motoren hier. schutzraum sehr gut aber auch was zum heilen ja moment moment da war nämlich noch ein kasten immer noch ein kasten wir sagen ziehen das legen wir auf jeden fall mal hier vor die tür das habe ich ja gerade hingelegt in solchen anderen einmal mal kurz so ist irgendwas okay ich will das geschützt weil ich habe jetzt geschützt und die machen an sie alle das mal kaputt Ah, fuck, 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 fuck. Ja, toll. Charger. Hey, guter Schuss! Ja, jetzt hat mich ein... Alter! Guter Schuss! Mal kurz, ich kam nicht mehr so weit vor, ich bin fast tot. Ja, ich auch, weil ich in der Säure stand. Ich muss mich schnell heilen. Alter, das ist doch mal mein Leben in der Geräte. Ja, dann heil dich doch. Ja, ich hab aber kein Medikit mehr. Ja, wir haben es eh geschafft. Tür ist offen. Okay. Hier ist irgendwo eine Witch. Ja, natürlich schon. Ich hab gar nichts mehr. Auf die Witch kannst du schießen, weil du bist eh fast tot. Hier ist noch ein Benzinkanister, wo soll ich den hin tun? Weiß nicht. Lassen wir es mal hier liegen, hier ist Munition. Ja, ansonsten, ich hab keine Waffe. Doch, hier ist eine Waffe. Hier ist die Witch. Wohoho. Ach, so eine Hölle auch. Lassen wir uns erst mal links liegen. Die Witch ist total wild. Ah ja, da geht's auch noch weiter hier. Warte, ich hab ne Idee. Tobi, hier geht's auch noch weiter. Wo denn? Bei mir, wo ich bin. Ja, die Witch ins Feuer laufen können wir dann auch noch gleich. Ja gut, ich werfe mich schon mal hier hin. BASI, KOMT! Ne, ist ein Jockey. Alter. Alter, komm her jetzt. Ist mich jetzt erschreckend. Eine Warbombe ist hier noch? Hab ich noch. Ich hab einen Rollertop-Koppler gegen den. Alter, kommt ein Charter, kommt ein Charter, ein Charter, ein Charter. Charter, ein Charter, ein Charter, ein Charter, ein Charter, ein Charter. Charter ist da. Charter ist da. Boah, lecker. Lade nach. Ich lade nach. Boah, da ist der Oma, da ist der Oma, Oma. Alter, jetzt sind wir alle angekotzt. Nein, ich nicht. Alter, ich geh in diesen Raum hier rein. Komm mit. Komm her, komm her. Besser in die Ecke, Alter. Jetzt laufen die in unseren Schüssen rum. Sehr schlau. Hier gibt's ja. Ich glaub das war's. Wow, haben wir alle noch viel Lebensenergie, Hammer. Das ist wirklich perfekt. Oh, fuck. Was, wieso rennen die die ganze Zeit um die Ecke? Da ist noch irgendwo ein Jockey. Da ist er. Jockey ist tot. Hier sind noch Rohrbomben. Haben wir nicht. Wir hätten ja auch gar nicht benutzen können, wie Idiot. Da war irgendwas. Alle jetzt in den Smokern trotzdem. Gehen wir mal lieber da raus. Da kommen wir in eine Ecke, wo nix rauskommt erstmal. Alter. Weil jetzt Lebensenergie kann das sein? Ja, ja. Hier liegen da, ist es bitter. Im Leihhaus sind wir sicher. Wir sehen, wir treffen jetzt irgendein Auto. Ich mach' mal verkackt. Er ist war'n Smoker. Wir brauchen irgendwo Heilzeug. Wo bist du? Hier. Wir müssen hier rein. Oh, Charger. Ja, heil, heil. Ich hab' noch 10. Jetzt hab' ich nur noch 10. Und ich wollte aber auch zwei. Bloß nicht auf die Auto schießen. Ich hab' mich echt verkackt. Und das ging vor allem an mich selbst. Alter. Ich doppelfotze, was mich anschießt. Oh Gott. Was? Paar Zombies. Paar viele. Hier. Hier oben, Joby. Alter, da kommt. Da kommt ein Jockey, da kommt ein Jockey. Ja. Fuck, ich komm' hier nicht weg. Ich komm' hier nicht weg. Oh Gott. Lade nach. Ich hab' da meine Bobbombe hinter. Ja. Die Lunte brennt. Warum komm' hier nicht hoch? Da lächst du da viele noch. Jetzt. Ah, krass. Scheiß hat Victor Boss. Du bist zu schwer für mich los. Steh auf. Das ist mir jetzt egal, Alter. Ob ich hier. Bobbombe ist raus. Alter, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Naja. 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 Super. Ja. Ich hab' den nicht gesehen. Der stand hinter der KW. Ich hab's erwischt. Ich hab' fünf. Alter. Ich bin halt echt gleich tot. Ich auch. Du bist ja... Ja. Du bist ja... Du hast ja wenigstens noch an sich ein bisschen wem zu tun. Aber ich hab' noch fünf. Ich hab' 30. So. Jetzt brauch' mal Heal. Schnell hier irgendwo lang. Du bist... Pass auf. Das Auto hat ne Alarm leider sicher. Ja, wir müssen in den Pornshop. Ja, das blinkt auch schon. Im Fenster. Weil langsam muss doch mal ein Ding kommen. C-Porn. Ich hab' sehr gern. Alter. Fuck. Tank. Geh' in den Sicherheitsraum. Geh' in den Sicherheitsraum. Geh' in den Sicherheitsraum. Geh' in den Sicherheitsraum. Komm rein. Alter, ich bin top. Ich hab' ja auch. Mein Lieber versucht. Mach den Flack, ey. Mach den Flack, ey. Nade nach. Munition, komm schon, gib Munition! Wie lange hast du noch? Äh, ich bin... Du bist tot. Jetzt hab' ich mich nach vom Zeit. Ich hab' auch Zeit. Ich bin schnell. Ich denk' ist tot. Ich hab' mir durch die Tür erschossen. Ja. Komm die Zombies. Komm die Zombies, schnell rein! Oh, Charter. Charter. Ich hab einen Smoker erwischt gehabt, Alter. Und dann haben wir zwei geschafft. Boah, war das knapp.